Renato wusste, dass sie noch keine Gefühle für ihn hatte. Vielleicht könnte er nur auf den Schrauben kümmern. Aber war die Zeit richtig für das? Warst du niemals gefragt, warum hat der König dich adoptiert? Und er hat sie gesagt, warum. Seine Imperial-Majestin wollte, die verlassenen Gute zurückzubringen. Sie konnten ihn immortal sein. Aber um die Beobachtung, er brauchte ein Sacrifice. jemanden, der ihn wirklich liebte. Du bist leid. Sie war furchtbar. Du kannst das nicht prüfen. Ich kann. Und so, er hat die Nexis geschlossen. Die Wissenschaftler in der Observe haben eine ihrer Beobachtung. Er ist nicht wirklich leid. Aber er kann sprechen, und er kann nicht leid. Du hast einen großen Riesk. Du weißt, ich könnte nur ein Schrauben machen, um mir zu erzählen, wo die Rebellen ist. Und... Sie würde das nicht vorstellen, wie das eine Verkaufung? Sie fröhnt. Oh, gut. Nein. Let's go get your witness. The rebellion had started after atrocities that the Empire hushed up. Renato had rescued a priest whose order had been massacred for one book. He slept in a burnt village. Dead kittens and puppies had come to tell him what the Emperor had done to them. Renato had been the terror of the Sandcastles, when he was two. Oh. Ich hör mal, ob diese Pfad jetzt der richtige ist, oder... ...wir wieder versagen. Was noch könnte du hüten? Moment mal, da gibt's ja noch... ...da gibt's noch... ...da gibt's noch... ... eine Kiste. Da gibt's noch eine Kiste. So, und... ...da wird's schwer haben, gehen wir mal zu einem anderen Weg zurück. Renato had always wanted a flying carpet. This was... ...more like a flying tabletop. But it would do. Also have fuegling die一定要 für die Aufente. D 추천 wenn müsste ein gew Cercher sein. Man, das nicht. Eine der Kiste ist nicht vorneweg. Renato hatte ich Compaß. C't estou von Parion mit der An報ilu. Ja. Ich versuchfe das的話. DP BL hesit centered auf den Matern. Jebb gefreica diese Lin college. sphere Feiert wird von Kézler y Aber ich habe das Sambo... ui, schön! Mehr schnelles Geschnässel Ja, das glaube ich Ui, schön! Mehr schnelles Geschnässel Mehr schnelles Geschnässel Das glaub ich So. Oy, oy, öy, höre wassum, deilsin. Hm, das ist wirklich schlau, würde ich ja trotzdem nicht Ähm, Moment Ah, jetzt sind wir doch da durch Moment, da sind wir aber doch schon mal hergekommen Den hier verwenden? Nein, das geht auch nicht Oh, du solltest nicht 1-0-2 Soll! Achso, da kommen wir her. Müssen wir uns hier weitergrabben Aber hier geht's auch nicht weiter Dann geht's wohl doch da hinten noch irgendwo weiter Alter Ich weiß nicht, was ich weiß, wenn mein Vater angefangen hat, die schwarze Magik? Warum? Willst du mit uns? Oh nein, ich zerstöre seine Bücher und... Okay, ich glaube nicht, ich würde nicht. Sie hat es verraten. Sie hat es verraten. Sie hat es verraten. Was ist eigentlich aus dem Haarsen jetzt geworden? Der hat sich immer noch irgendwo versteckt auf der anderen Karte, oder wie? Er wird wahrscheinlich geschnappt dann am Ende The scientists on this island had been investigating the Emperors dark rituals on their own. They were neutral in the civil war engulfing the Empire. But they could see that the dark magics the Old Toad had loosed were changing the world. Right a hot tea and Zenobia weren't putting them in danger. Da kommt es als hätte ich das Act noch mal gesehen Äh, hallo, pass mich doch durch, ja Ah, ok Oh, das ist doch auch immer, wenn ich da noch nicht Das wäre der perfekte Ort für ein Tic-Tac-Toe-Board. Oh Mann, das ist so schön. Der Observatoren war ein Hulker. Die Wissenschaftler und Schleifte überall. Die Ravens haben sich um die Reanimation zu verbrüllen. Zenobia blieb. Die Wissenschaftler waren neutral. Sie hatten keine Rolle in der Rebellion. Sie sagte mir zu Ihren Kanzler. Sie sagte mir zufrieden. Ich habe Dinge zu erzählen. Es war das, was Renardo überrascht hat. Zenobia schreit auf ihren Vater, wenn sie seine Schmerzen wusste. Aber die Rebellion war ein Geheimnis. Könnte er wirklich riskieren, zu nehmen die Königin, sogar wenn sie ihn liebte? Oh, das ist ganz. Das ist ganz. Ja. 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 Das klingt schon wieder so zynisch Er war mehr und mehr... ...extraordinär Er hat ihn nicht Er erinnert Er hat ihn nicht Zehnobie Hypatia Mutter der Kinder Renato nie dachte, dass er einen Librarian wäre Er hat immer sich selbst für die Barmaid gemacht. Aber dann... Er hat nie gedacht, ob U-Bar die Bibliothek hat. Oder Hypatia weiß nichts über sie. Er hat sie verloren. Er hat sich wohl sicher, dass er etwas benötig ist in einer dieser Dinge. Ja! Wenn Zenobia wirklich umgekehrt hätte, der Krieg wäre schnell vorbei. Sie könnte ordnen zu der Fläche, die ihre Gefangenen öffnen würden. Die Rebels könnten direkt in den König. Und die König. Es ist eine große Herausforderung. Es ist eine große Herausforderung. Er hat noch mehr Materialien gedacht, Leonardo. Hmm, er war es auch schon mal, oder? Das war genau das, was ich wollte, Renanathon, um sie zu unserer Grunde zu verändern. Warum fühle ich mich, dass etwas falsch ist? Weil nichts so schnell geht, ist warum. Sie verrägt uns. Sie verrägt uns, gell? Achso, hier kommen wir nicht rein. Das Rätsel mit der Ziege und dem Wolf, oder? Das Rätsel mit dem Wolf, oder? Renanathon fühlte sich ein bisschen schlecht, stehend die Materialien von den Schenstern. Er liebte sie von Leuten aus den Schenstern. Oder? Ja! Wenn du nicht die Auswech vom Wolf. Na, oder? Ja! Da! Ja! Na, ist das Geld? Oh, 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 wow, die Dinger machen wir aber ein Schauen. Habe ich da gleich drei? Oh, drei abbekommen? Nein, ich war zu gierig, zu gierig. Sie verrägern uns, Sie verrägern uns. Sie verrägern uns, Sie verrägern uns. Ich brauche das Heideschwert. Moment mal, wir können hier erst mal das Zoo aufmachen. Oh, ich bin hier. Oh, ich bin hier. Ich bin hier. Oh, ich bin hier. Wir lieben kritische Treffer. So, jetzt gehen wir da mal rein. Oh, ich bin hier. 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 Ich sage jetzt mal nicht, was ich von ihr halte, ja? Ich sage jetzt mal, was ich? Jetzt müssen sie doch töten. Oh mann, oh mann, oh mann. Das hätten wir auch leichter haben können. Oh mann. Wenn er so ein Level abzahlt Ah, ja, tatsächlich So, was gibt's denn da? Redenergie, hmm Ah, das klingt doch mal ganz cool Und wieder sind wir auf den Schiffen Oh, das klingt doch Okay. Wieso komme ich denn alle durch? Wieso komme ich denn alle durch? Ach, ich kann noch nicht durch Gegner dashen, ne? Ah, das soll ich vielleicht auch muskeln. Oh Mann, wieder mehr Headpoints verloren, hat es gewonnen. Ei, 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 ei. Letztlich die Schwedern, dann geht es so minimal auf. Ne. Die Schwedern, die Schwedern, mit Bildern, und alles. What had happened to Lupino? The Mad Rabbit fled to safety. Or was he forlornly carrying on like a few rebels Renata could see here or there? Es war nicht mehr. All das war, war es slash and spin, parry and lunge, über und über, als er mit seinen Weg über die Fläche war. All das war war, finder eine Frau, die damals Lund, die seine Liebe gegen ihn hat, und sie hat als großartig in ihre Herz gelegt, als sie in seiner. Weeeee! Wee! Wee! Schw'Tw Guten Tag! Tschülw Ah! Sollten wir gleich wieder an einem Parade-Schiff sein, glaube ich. Huch, da war ja noch was. Das ist es auch schon hier, oder? Das ist auch schon hier, oder? Das letzte Mal, als wir hier waren, haben wir uns einfach beim töten lassen. Mal schauen, ob es diesmal anders ausgeht. Und plötzlich, Zenobia war da, an Lepino, so der Mad Rabbit hat survived. Schrauben wir, oder? Ich bin fertig! Schrauben Lepino. Zenobia schreit, schreit, mit einem Schreit. Du bist alive! Renato riecht nach der Witch. Lepino ist derjenige, der Sie schrauben. Sie schrauben. Er hat mein Vater verraten. Renato schraubt seine Wälder in der Witch, bevor sie ihn wiederfüllen hat. Sie schraubt ihn wieder. Sie schraubt ihn. Sie schraubt ihn. Herzbrot. Nein! Lepino ist der Traitor! Dann... Sie schraubt einen Knopf in seinem Bein. Was? Dieser Drecksack! Sie schraubt ihn. Der Mad Rabbit. NIS-Stinker! Dann... Der Sonne fuhr. Und... ... wie genau so... ... er war wieder alive. Und zurück auf dem Feuerfahrer. Still fliehend, brennend Ubar. Das Buch war noch vor ihm öffnet. So, the book was a portal. It took you to the future, when your destinies would branch. He had failed, and died, three times. But he learned another true thing. Lepino was a traitor. Renato had suspected there was something wrong with the Mad Rabbit. But now he knew there was malice behind his goofiness. Ja, ich würde sagen, dann... ... finden wir beim nächsten Mal raus... ... wie wir das besser machen können. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.